Und was ist kein Trophie, Mike? Thomas Stalder, was ist kein Trophie? Was ist das für eine Rallye? Herr Ueber, wie sind Sie auf die Idee, wo er so etwas zu gründen ist, um sein Leben zu rufen? Was sind das für Menschen, die sich anmeldet für so einen crazy adventure Trophie? Ich habe keine Ahnung, es müssen auf jeden Fall verrückt sein. Ja, das ist eigentlich eine ganz geile Sache. Ich bin hier mit dem Stammt Stalder, einer der Organisatoren der Can-Trophie. Das ist so geil! Eigentlich ganz lustig. Äh, ist alles nach Plan gelaufen, oder? Äh, wie hast du den Bein gebraucht? Es ist eigentlich erstaunlich, dass die überhaupt da sind, weil dann ist es so, dass der Motor zum Auto ausgeht. Ich bin hier mit dem Steh vai. Ich bin hier mit Baba. Und würde ich mich gerne machen, denn diese qualitenden Stehktiken ver Guidungen treffen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020